Die unvermindert harten Abwehrkämpfer an der Ostfront stehen im Zeichen des beginnenden Winters. An diesem Graben sind schon zahlreiche bolschewistische Angriffe zerschellt. Im Djepperbogen, deutsche Panzerkräfte, Gegenstoß vor. Unsere Grenadiere vollbringen hier ungeheure Leistungen. Im Schlamm arbeitet sich eine Gruppe unter dem Donner der Geschütze und dem heulenden Werfer nach vorn. Untertitelung des ZDF, 2020 In den Löchern und Gräben unmittelbar am Feind, trotz die harte Kampfgemeinschaft unserer Soldaten, dem immer wieder anstürmenden Feind. Im Widerstandswillen des Einzelkämpfers, des Gruppenführers und Zugführers liegt oft die Entscheidung für einen ganzen Abschnitt. Hier belohnt ein Kompanieführer die besondere Leistung eines Gruppenführers durch die Auszeichnung mit dem Eisernen Kreuz erster Klasse. Das Gesicht des deutschen Soldaten ist hart geworden. An den Brennpunkten der Schlacht greift die Luftwaffe ein. Ein starker Stuka-Verband zerschlägt sowjetische Durchbruchsversuche im Raum von Nebel. Die Einschläge liegen in den feindlichen Bereitstellungen. Im gleichen Kampffraum wird eine wichtige Höhe im Sturm genommen. Geschützfeuer bereitet den Angriff vor. Sturmgeschütze, Panzer und Grenadiere in Bereitstellung. Die Grenadiere stürmen unter dem Feuerschutz der schweren Waffen. Sturmgeschütze, Panzer und Grenadiere in Bereitstellung. ... ... Untertitelung des ZDF, 2020 Die Höhenstellung des Feindes ist erreicht. Überlebende Bolschewisten werden gefangen genommen. Von der neu gewonnenen Höhe aus wird der Gegenstoß in das Vorfeld weitergetragen. Nach der Einnahme von Leros und Samos. Die weiße Fahne der Kapitulation weht noch über der britischen Zitadelle von Leros. Zerstörte Schiffe, vernichtete Fahrzeuge und tote Briten zeugen von der Härte des Kampfes. Unsere siegreichen Soldaten lesen den Bericht über ihren Erfolg. Eichenlautträger General-Leutnant Müller leitete die Operationen im Lodekanees. Auf der Insel Samos. Diese Fässer sind mit dem berühmten Samoswein gefüllt. An Ort und Stelle schmeckt er besonders gut. Auch die Früchte der Insel sind bei unseren Soldaten sehr beliebt. Die auf Leros gefangen genommenen 8.000 Briten und Badolio-Anhänger werden abtransportiert. Die Gefangenen werden verladen und auf das griechische Festland gebracht. Sie hatten sich ihre Ankunft in Athen etwas anders gedacht. Leichte deutsche Seestreitkräfte laufen aus einem Stützpunkt an der Atlantikküste aus. Bei der Ausfahrt wird der Verband von britischen Flugzeugen angegriffen. Im Hintergrund stürzt eine brennende Maschine ins Meer. Die Abschusstafel an der Bordwand. Der Auftrag des Verbandes lautet Sicherung eines Geleits. Die Sicherungsfahrzeuge haben das Geleit erreicht. Sperrballone werden hochgelassen. In einem Stützpunkt der Luftwaffe starten Wasserflugzeuge. Sie verstärken den Schutz des Geleits. Blinkzeichen an die Schiffe. Feindliche Flugzeuge im Anflug. Die Gefechtsstationen werden besetzt. Der Feind gerät in außerordentlich starkes Abwehrfeuer. Die Wassersäulen der Einschläge liegen teilweise hart neben unseren Schiffen. Auf einem Begleitfahrzeug. Eine Bombe ist ganz in der Nähe eingeschlagen. Wassereinbruch im Maschinenraum. Das Leck kann abgedichtet werden. Das Loch in der Bordwand. Eine feindliche Maschine fällt dem Abwehrfeuer zum Opfer. Nach dem Gefecht werden noch verwertbare Flugzeugbestandteile geborgen. Ohne Verluste setzt das Geleit seinen Weg fort. Das Loch in der Bordwand.